Holidays! 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 Gehen wir zum Chinesen. Keine gute Idee... Du Arsch, hast mir die Freundin ausgespannt. Ich erzähl doch nicht, nein. Ich hab euch beide da wie ich beim Chinesen durch hinter der Bahn. Du Arsch, ich hab's doch schon einmal klar gesagt. Diese Bitch gehört mir. Du hörst, was denkst du eigentlich dabei? Du bist Feierer und hast einen Bub. Du Arsch, die Klara ist meine, nicht deine. Und zum Zertän ist's zu schauen. Ich weiß, du brauchst auch deinen Spaß mit deinen Leuten. Du kannst nur Kuchen bocken und mir anschauen. Du Arsch, ich weiß nicht. Mein Herz, es bricht jetzt den Tränen so nah. Ich werd so gut ich kann versuchen, es zu vergessen. Doch ich vergiss euch beide nie, euch beide zwei hinter der Bahn. Ich werde so gut ich auch. Ich werde so gut ich auch behindern. Dass ich weiß nicht, was du bist. Und ich will so gut ich halt ebren. Ich werde so gut ich auch nach Hause. Ich werde so gut ich. Das ist mein Herz, ich will die 비 armour. Und ich kann mich nicht alleine保f. Ja, ich werde so gut ich bin. Ich werde so gut ich nicht. Ich werde so gut ich bin. Ich werde so gut ich nicht. Geh, Alter, ich sag dir, das war keine Absicht, der Kleiner war so scharf auf mich. Ich hab ihr ja gesagt, lass mich in Frieden, du hängst. Aber sie hat mich gleich angeschlecht und ausgezogen, was soll ich denn tun, was soll ich denn tun? Der Kleiner war so scharf auf mich, wenn ich gewusst hätte, dass da dieses Herz bricht. Ich hätte immer einen anderen Platz gesucht, als hinter der Bahn. Obst du's gleich siehst, tut mir leid, mein alter Freund, tut mir leid. Ich berichte mit's knacken. Ich berichte mit's knacken. Ich bin nicht in Hefengewengeherm, aber ich berichte mit's knacken. Ich berichte mit's knacken. Ich berichte mit's knacken. Ich berichte mit's knacken. Ich bin nicht in Hefengewengeherm, aber ich berichte mit's knacken. 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 Untertitelung des ZDF, 2020